Hey meine Rabauken, wart ihr schon mal 20.000 Punkte lang? Ich glaube nicht, ich auch nicht, aber das möchte ich, deswegen bin ich hier in Slither.io zusammen mit Ebru. Hi, ich bin Platz 18. Hey, da bist du ja schon, okay 20.000 nicht, aber fast. Leute, wir haben wollten schon sehr lange Slither.io mal aufnehmen, aber wir konnten das nicht, weil man kann nie zusammenspielen, das ist übelst ätzend. Aber wir haben einen Mod installiert, mit der man zusammenspielen kann und wir sind auf dem gleichen Server. Aber Ebru, in welchen Quadranten befindest du dich? Sag mal Anja. Oben links, oben rechts, oben links. Oben links, ich würde dich mal sehen, ich gucke mal, wie lang du bist. Wir haben aber noch weitere Fähigkeiten, unten rechts sehen wir beispielsweise, welchen Platz wir sind, das ist unsere Rekordlänge, unsere Kill-Death-Ratio, also wie viele Kills wir machen und so weiter. Und das heftigste Feature auch noch, man kann rauszoomen und auch übelst heftig reinzoomen. Das Rauszoomen ist halt praktisch, um zu gucken, wo sind Leute, die man killen kann, wo wurde einer gekillt und so. Und das Reinzoomen ist übelst praktisch, weil du dann, wenn du einen umkreist, so voll genau aimen kannst, weißt du? Das ist auch geil. So, okay. Ich bin relativ weit oben jetzt im linken. Oh, Alter, hier ist ein richtig dicker Ausschie. Ich muss fighten, Evo. Ich gehe immer weiter nach oben. Oh, oh, oh. Warte, hier ist ein richtig dicker. Ich bin lila, ich bin lila. Ja, ja, das ist, weiß ich gar nicht, wie der heißt, der kann keinen Namen. Der hat 8000 Punkte. Wenn ich den kille, Evo, dann rutscht da auch einer nach vorne, der ist vor dir. Alter, ist der, ja, was ist das für einer? Oh, der will ja irgendeinen einkreisen. Muss hier kurz rausmoven, nicht, dass der mich einkreist, der dicke Oschi. Okay, ich bin Platz, äh, äh, 219. Okay. Das ist, also, weiter Weg, Alter. Ey, es wäre so geil, wenn wir Erster wären, ne? Ich habe im Testrun, das seht ihr unten rechts, mein Rekord, das war nur so ein kleiner Testrun hier mit der Mod, habe ich, ähm, Gott, ich suche das selbst gerade, ach, 4900 geschafft. Das ist schon nicht schlecht, ne? Ja, das ist gut. Hast du selbst auch gerade, oder? Ich habe 6100. Also, ich bin, Leute, flankt übrigens den Like-Button, nur wenn ihr schon mal dabei seid, wenn ihr schon mal zuguckt könnt, auch lang. Also, ich bin jetzt links oben, aber so relativ nah am N. Ach so, ne, ich bin mittig. Also, komplett in der, ach. Also, ne, nicht komplett in der Mitte, sondern zwischen N und W, komplett am Rand. Das weiß ich auch, guck mal, wie groß die Map ist, wie ewig ich brauche, um da hinzufahren. Ja, ich, ich komme dir mal entgegen. Ich, ja, ich bin schon auf dem Weg jetzt hier in der Mitte. Ich bin, ich bin so ein Roter mit einem, mit roten Haaren. Oh, was? Ja, ich habe rote Haare. Wie siehst du aus? Ich bin lila. Lila, okay. Komplett lila. Also, ich bin jetzt, ja, auf dem Weg direkt in die, also wirklich die absolute Mitte, dieses, also von links oben, meine ich jetzt. Der will mich umbringen, wenn ich, oh. Warte, ich attackiere ihn. Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Ich bin Platz 277. Aber ich arbeite nicht langsamer vorne. Aber ich habe noch nicht einen Kill gemacht, man. So schlecht. Aber die Kills macht man halt auch erst, wenn man groß ist, glaube ich. Oh, hier ist es. Wollen wir den mal angreifen, Leute? Was sagt er? Mal richtig auf Risiko. Puh, Alter, habe ich ihn vernichtet. Ich bin ziemlich genau in der Mitte jetzt von dem Quadrant. Okay. Also nicht in der Mitte Mitte, sondern in der Mitte von... Am Rand Mitte, ne? Ja, ja. Oh, hier ist ein Regenbogentyp. Der ist heftig, 6K Punkte. Komm dir von oben entgegen. Hey, da fährt einer komplett in mich rein. Ich kann ja raus. Ach, ich dachte gerade. Oh, der ist auch heftig. Vielleicht... Nee, den kriegen wir jetzt halt nicht. Der ist viel zu groß, Alter. Der müssen wir erst mal noch wachsen. Hä, ich bin Platz 21. Ja, du bist auch voll riesig. Du musst eigentlich voll groß sein. Da ist Pizza. Wollen wir Pizza machen? Ich bin bei der Frankreich-Flagge. Bei dem einen Typen, der groß ist der... Man kann ja jetzt auch nicht unendlich weit gucken. Ja, das stimmt. Hä? Wo genau bist du? Ich bin komplett am Rand. Ach, komplett am Rand? Ja. Ja, warte. Oh, den könnte ich eigentlich schmackotastisch killen. Das ist ein Atze. Okay, der macht Stress. Okay, hat das. Wer macht das? Oder den hier killen. Das wäre ja auch übel geil. Oh, der hat Kreis den ein. Seht ihr? Der hat den jetzt eingekreist. Die Pizza. Oh. Der eine macht hier Stress, Evo. Der blaue. Die Queen. Oh, du Idiot. Ist er gestorben? Den auch direkt. Oh, das wäre so ein geiler... Er heißt wahrscheinlich Platz 1, aber nicht mehr Platz 1. So. Ich bin Platz 115. Ich arbeite mich nach vorn. Ja, ich komme jetzt. Warte. Ich bin jetzt eigentlich gleich da am Rand. Okay, perfekt. Ich müsste dir eigentlich jetzt direkt entgegenkommen. Oh, hi! Hey, ich sehe dich noch nicht. Ja, du bist größer. Evo, da bist du, Evo. Hallo. Hallo. Wir könnten jetzt voll boosten eigentlich. Ja, willst du? Nee, oder jetzt schon? Wasser, lass mich erst mal in einen Kreis gehen. Dann kannst du einfacher mich aufessen. Ja, warte. Aber hier, lass den Dula Piep vielleicht attackieren, oder? Oh. Ja. I don't know. Ich mache mal hier den zuerst. Hui, Vorsicht, Vorsicht. Warte, den kreise ich ein. Haha, was machst du jetzt, Kollege? Boom. Und der will mich auch einkreisen? Aber der ist nicht groß genug. Ja, easy. Ich werde jetzt so heftig nach vorne boosten, Alter. Wie viele Punkte hast du gerade? Komm her, komm her, komm her. 1.100. Ja, ich bin da. Oh, da kommt nämlich einer. Pass auf. Schnell, schnell, schnell. Der kommt da. Oh, oh. Kein sein. Hab ihn gekillt. Auch noch mit direkt. Perfekt. Alter, guckt meinen Rang an. Boom. Er aktualisiert nicht. 40. Warte, warte, warte. Besser, 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 besser. 40. Aktualisier nochmal. 27. Oh, Alter. Hä, aber ist das illegal, was wir gemacht haben? Eigentlich schon, ja, klar. Scheiße. Mach das nicht nach zu Hause. Das ist nur für Unterhaltungszwecke. Aber die machen das doch safe auch alle. Ja, locker. Oh, jetzt sind wir schon. Oh, der da. Meint ihr, den kriegen wir? Das wird unsere Punkte halt nochmal verdoppeln. Aber den kriegen wir. Na, der ist ungefähr genauso lang wie wir. Mhm. Oh, okay. Was macht er denn da? Oh, der hat ihn da unten gekillt. Da müssen wir eigentlich schnell hin. Können wir? Nee, 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 den kriegen wir nicht eingekesselt. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn mit dem anlegen will, ganz ehrlich. Natascha. Natascha. Oh, Natascha saved sich. Okay, Natascha weiß, weiß, wie es läuft. Man darf auch nicht zu viel boosten. Wenn man boostet, verliert man natürlich auch seine Punkte. Ja, das stimmt. Da sind Dickpunkte zu holen, die wir auch geholt haben. Schön. Platz 22. Der eine will unbedingt hier mich killen, ne? Ja. Die Sau, Alter. Jetzt habe ich hier, habe ich glaube ich einen, oder? Oh. Ich habe nur einen richtig großen gekillt. Oh, da ist ein richtig großer. Ich wurde gekillt, verdammt. Warst du da am Start? Oh, der hat jetzt 3K, Alter. Aber ich habe viel mehr, ich bin heftiger. Aber Gott, der sieht aber schon auch krass aus irgendwie. Die Nuller hier. Ich bin an dem gestorben. Ernsthaft? Nein. Ja, Mann, an dem Nuller einfach. Oh, Mann, war das scheiße. Es ist natürlich auch eine Taktik, neben den übelsten Highrollern rumzufahren und zu warten, bis sie sterben. Ja. Und dann halt abzustorben. Wie, der ist gestorben? Genau, perfekt gewartet, Alter. Oh, mein Gott. Ui, 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 ui. Ei, da bin ich jetzt gerade in den Punkten geboostet. Genau die Taktik, die ich gerade beschrieben habe, ist perfekt aufgegangen. Tja. Goal. Mann, ich habe gerade einen gekillt und der wird von anderen aufgegessen. Das ist unfair. Ja, das ist echt, du musst aufpassen. Oh. Da ist so ein fetter gestorben. Ah, ich habe einen gekillt. Oh. Oh, mein Gott. Ich habe alle Punkte geklaut, glaube ich. Nein, vom Kommandante, die Sau. Bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin rot. Also rote Haare. Mann, die haben mir alles geklaut, ey. Ich hatte den übelsten Highroller-Kill. Okay, ähm. Da ist noch einer schon. Das ist der, der mir geklaut hat. Zu Recht ist der gestorben. Oh, ich habe noch einen Kill gemacht. Alter, ich habe gerade einige Kills gemacht hier. Oh, nice. Das sieht man doch, oder? Drei nur? Ich habe vier Kills gemacht. Okay, jetzt geht dir aber gerade übelst, die Action. Da habe ich sterben gerade alle geführt. Ja. Oh, den kann ich mir nicht schlippen. Oh, nein. Ah, Rebro. Oh, ich habe 1.100. Also, ich war Platz 95. Ich habe 3.000. Und der ist jetzt ... Nice. Nice. Mann, das ist immer so ein Gegeiere, sobald einer stirbt. Dann kommt, guckt euch das an, wie viel ihr sind. 500 Leute. Nein, 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 der kreist mich ein. Da musst du so aufpassen. Der kreist mich ein. Oh, nein. Er hat mich angekreist. Oh, nein, Ben. Scheiße. Egal, ich kann ranzoomen. Ich kann ranzoomen. Die ganze Zeit, um im Kreis zu gehen, dass er dich nicht killt. Und dass er stirbt irgendwann. Ja. Ich versuch's. Dass er versucht, dass du irgendwie einzukreifen. So heftiger Überlebenskampf jetzt. Oh, man. Oh, man. Anyway. Oh, Gott. Er versucht so hart grad. Oh, nein. Er stirbt nicht, ne? Ja. Die Sau, Alter, ne? Egal, aber er kann den Kreis nicht enger machen, eigentlich. Das ist jetzt, wenn ich da jetzt lebt, rauskomme, Alter. Boah, das wär krass. Ja, aber ich weiß nicht. Er macht halt nicht wirklich viel Platz gut jetzt, ne? Ja. Aber es ist so, so. Er wird auch im Kreis von einem anderen. Und der isst jetzt euch beide auf. Hä, was ist das denn jetzt hier? Oh, er hat mir ein bisschen mehr Platz gegeben. Schmackotastisch. Okay, ich hab ein bisschen Platz gewonnen wieder. Tja, was ist das denn jetzt hier grad? Hey, vor allem, wir haben so ähnliche Farben. Ich kann das jetzt gar nicht auseinanderhalten. Er versucht's halt immer noch, ne? Oh mein Gott, hier wird grad so ein Großer gegessen. Wie kann man so ein Schwitzer sein? Hey, aber Angst, Evo. Oh Gott, schaffst du das? Mein Gebiet ist auf jeden Fall klein geworden. Sehr klein. Ach, er hat mich so eine Scheiße. Ah, verdammt. Xabia, ich hab den zweiten hier. Ich mach jetzt die Taktik. Eigentlich, dass er mich umkreist. Ich bin zu klein, lohnt sich für ihn nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich fahr die mit selber. Wo seid ihr denn? Aus meiner Sicht. Ich dachte, er ist tot. Weil jetzt Bötzi weg war. Ja. Die hätten sich ein bisschen größer machen können. Ich fahr mal nicht an seinem Kopf lang. Er ist wirklich Kaktischdorm, Evo. Die Taktik geht absolut auf. Oh mein Gott. Ich bin der beste Sliveryo-Spieler der Welt. Ich hab leider nur wenig bekommen, weil ich nicht so gut stand. Aber vom Zipa war die Taktik saugeil. Ich bin... Okay, 57. Das ist schade, Mann. Ja. Das war voll gut eigentlich, ne? Aber Moskito hat alles gekriegt. Moskito, die Sau. Moskito ist jetzt Platz 7. Ja. Okay. Wir haben hier, glaube ich, direkt den nächsten High Rock. Oder Moskito stirbt doch direkt. Der hat das jetzt gerade alles bekommen. Aber der hat doch gar keinen Skill, weißt du? Ja. Der kann das nicht halten. Ich fahr jetzt Moskito hinterher. Pass auf. Moskito wird das wieder verlieren. Aber Moskito... Ach, der hat einen eingekreist, glaube ich. Okay, vielleicht ist er doch ein Profi. Da ist Moskito. Moskito hat einen umkreist. Oh, da ist echt einer mich reingefangen gehabt. Wie viele Kills habe ich? Zwei nur? Aber ich habe noch zwei, Alter. Moskito fährt um einen drumherum. Und wiederum ein anderer fährt um Moskito rum. Man muss echt aufpassen mit diesem Umkreisen. Ja, das ist echt nicht der Tag. Aber der andere ist ja viel zu kurz. Der kann ihn ja gar nicht. Der macht das gut. Guck mal, was wir Profi-Nadi aneinander fanden. Das sind so heftige Profi. Was würdest du hier, Kollege? Ja, besser ist auch. Das machst du mal direkt einen Rückzieher hier mit deiner Attacke. Ich bin 2000 groß. Als ob du direkt jetzt schon so heftig aufgeholt hast. Ja, da wurde ein riesen Typ gekillt. Ich war gerade noch von vorne. Ja, ich warte jetzt hier. Vielleicht stirbt ja Moskito. Gibt auf. Nee, ach, er macht immer so diesen Schlenker dann nochmal. Das ist auch so ein Profi-Move. Um nochmal so quasi... Nee, nicht Schwung zu... Aber um quasi vorzubeugen, dass man in... Ja, jetzt hat er ihn, oder? Ach nee. Das wird jetzt Stunden gehen, so wie das aussieht, Alter. Das müsstest du mal sehen. Bist du unten rechts immer noch? Ja, ich bin auf diesem südlichen Strich in der Mitte ungefähr. Okay. Ja, die sind so viele kleine. Die sollen mal nicht rumnerven hier. Der eine will mich angreifen, merkt ihr? Okay, dann mach mal, Kollege. Jetzt sterbe ich an dem, weil ich so richtig arrogant bin. Alter, ich hab so einen geilen Double-Kill gemacht, Ebro. Triple-Kill! Ich hab Sliver-Affin-Quadra-Kill! Okay, jetzt bin ich tot. Aber das war so ein heftiger Run, Alter. Holy damn, da liegen übelst hier Münzen. Oh, der ist auch lang. 4, Slither-I-O, 4K. Ich bin jetzt am Südstrich-Mittig. Oh, da ist ein dicker gestorben. Oh, der ist gestorben. Der ist auch gestorben! Alter! Okay, okay, okay. Ich bin 37, das ist 4.000. Ja, aber schlecht. Ich hätte mehr abkriegen können. Aber jetzt geht hier die Action ab. Wir sind einige Dicke. Ich bin am Südstrich jetzt mittig. Ja, ich bin ein bisschen oben am Südstrich. Okay. Und hier geht grad heftig die Post ab, Ebro. Ja, ich komm vorbei. Der 4.000er, den würde ich gern killen. Mann, der hat ungefähr so viel wie ich. Naja, willst du mich einkreisen, ne? Kannst du einfach knicken, Alter. So. Boah, ey, hier sind so viele grad bei dir. Okay, ich muss mich irgendwie saven. So, perfekt. Ah, die sterben im Sekundentakt grad, die Großen. Boah, ich bin grad fast gestorben. Boah, den killen, das wäre so nice, ne? Ey, der wurde von dem Mikroheimer gekillt! Oh, und ich kriege... Oh, noch einer? Ja, da kriege ich aber was. Organe, Mann, ey! Das geht so ab, Alter. 21. 5.200. Das könnten neue Rekord werden. Noch 700, dann haben wir einen neuen Rekord. Der ist ja auch richtig motiviert gewesen. Mann! Boah, du hast gerade gegessen. Ja. Killt, meinte ich. Gegessen. Erster konnten wir zwar nicht werden, aber wir in einer Länge von 6.000 haben wir erreicht. Das ist nicht schlecht. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert auch gern meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Runde, wenn es heißt, Platz Nummer 1 gehört uns. Euer Benson. Tschüss! Bye-bye! Vielen Dank.